Hallo, ich bin Stefan, 22 Jahre alt, Juppie und Hochschuldgerade. Außerdem kandidiere ich für das Europäische Parlament. Unser Motto für diese Wahl heißt Europa grenzenlos. Es hat sehr viel damit zu tun, wie wir die Europäische Union intern gestalten wollen, aber es geht auch um Verantwortung nach außen. Zum Beispiel ist Europa der zweitgrößte Rüstungsexporter in der Welt. Vieles muss da aber noch getan werden. Wir haben oft keine demokratische Regulierung von Rüstungsexporten und generell bin ich dafür, dass wir sie nach außerhalb der EU abschaffen. Deswegen wählt mich ins Europäische Parlament. Danke.